Liebe Mitbürger, wir haben uns hier versammelt, um gegen die Eingebore zu rebellieren. Hallo erstmal, wir waren hier. Hallo, hallo, ich dachte mal, das wäre eine schöne Ansprache hier oben. Auf den Häuptlingen. Du bist das niedrige Volk und ich bin das Obere. Also, erstmal hallo, hier sind wir wieder. Ja, ne? Wir wollten ja schön hier eine fette Hütte bauen, eine fette Party-Villa. Ja, mach mal. Ja, du bist so still? Ja, ich habe gerade geguckt, was das hier hinten ist. Es leuchtet so schön hier. Ach so, ich sehe das Licht. Das ist aber einfach nur die Sonne. Ja, die Sonne. Wir haben schönes Wetter. Jo, wir bauen jetzt hier mal ein schönes Häuschen hin, oder? Müssen wir mal gucken. So eine Villa will ich sehen hier, ja? Welche Richtung? Machen wir den Eingang? Stell dich mal in die Richtung des Eingangs, bitte. Also, ich würde auch die Hütte so ziemlich arm, also hier an der Klippe bauen, oder? Oder würdest du die mitmachen? Ne, ich wollte zentral machen und dann drumrum noch Zaun hauen. Oder ist es so gut, wie du die Wiese anguckst? Ja, das ist jetzt nur die Frage, wie ich das jetzt platziere hier. Ja, ich glaube, so ist es ganz schick. So. Also da ist der Eingang jetzt. Okay. Jo. Ach, wir brauchen noch viele Baumstämme. Ja, macht ja nichts. Es sind ja nur noch 86. Ja, das wird heute eine kleine Baufolge hier. Jo. Finde ich gut. Muss mal aus sein. Ja klar, auf jeden Fall. Ich habe wenigstens eine Basis und dann können wir auch wandern gehen. Jo. Jo. Und sonst? Ja, sonst ist... Schönen, irgendwie den Zuschauern was Baum fällt. Ja, ich muss heute noch arbeiten. Ja, ich auch. Aber ich habe Spätschicht. Ja, ich auch. So. Der Baum muss leider dran glauben. Daumen fällt. Sehr schön. Nimmst du den jetzt auch mal? Danke. Ja, es macht immer wieder Spaß hier. Ich liebe das. Ich könnte wirklich den ganzen Tag Forest spielen. So. Das kann ja jetzt ewig dauern hier. Das Problem ist, dass die Bäume auch genau immer am Hang sind. Und ich hoffe, die fallen in die richtige Ruhe. Ah, es fängt an zu regnen. Das ist auch sehr gut. Hast du noch eine Schildkruppe? Nee, nee, nee. Den hast du. Aber ich habe eine. Ja, ich muss das nur bauen schnell. Also eigentlich müsste ich eine haben. Da ist der Water Collector. Wo machen wir den hin? Den machen wir mal hier hin. Hier ist ganz gut. In deine Richtung. Alles gut. Ja, ich habe weder Sticks noch. Warte, ich gucke mal. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt letztens verwendet habe. Ah, ich habe alles. Oh, sehr schön. Das ist doch mal prima. Klar doch. Müssen wir auch mal noch ein kleines Lagerfeuer noch machen gleich. Ja, kriegen wir schon alle hin. Weil Hunger habe ich eine ganze Dolle. Ich habe noch Reh. Ja, die müssten wir auch mal. Können wir gerne machen. Trinkbraten, ne? Ja. So, ich mache mal hier ein kleines Feuerchen hin. Da brauche ich noch zwei Sticks. Ach, siehst du, das könnte mir mal 10 in 18 Stunden. Ist ja wieder ein Update, ne? Ja. Da bin ich ja mal gespannt, was es wieder Neues gibt. Angeblich Neues. Also, wenn die Folge rauskommt, war das Update schon da. Ja. Aber wir spielen Zeit, leider. Ich bin tot. Ich weiß nicht, warum. Kannst du mich mal schnell hier retten? Wo bist du denn? Hinten an der Klippe. Ich habe einen Baum gefällt. Komm schnell. Wo bist du denn? Hier unten. Ich war irgendwo an der Klippe. Ich war ein Baum fällig. Ach, da. Warte. Ah, ich weiß auch warum. Irgendwie war meine Gesundheit ziemlich schlecht gewesen. Das habe ich nicht gesehen. Und dann hat der Baum mich erschlagen. Ach, dann. Oh, auferstanden. Danke dir. Ja, gerne doch. Weil hier habe ich noch nicht gespeichert. Ich müsste irgendwo anders. Ja, mir geht es gerade nämlich voll schlecht. Ich weiß nicht, warum es meine Gesundheit nicht so besonders geht. Ja, in der Medizin. So habe ich. Und ich habe nämlich Hunger. Ja, Hunger habe ich auch. Deswegen, ich wollte jetzt hier schnell. Oh, das hätte jetzt klappen können. Oh. Ich habe gar keine Sticks. Und der Baum ist natürlich voll in die falsche Richtung gefallen. Ja. Aber der liegt hier unten gut. Oh, hier wäre auch schon gewesen zum Bauen. Oh, hier ist er schön. Oh, ich bin wieder so dämlich. Ich wäre fast gestorben, weil ich nicht gesehen habe, dass es irgendwie mir nicht so besonders ging. Ich bin so immer so fixiert irgendwie zu bauen, dass ich darauf gar nicht achte irgendwie. Ja. Anscheinend habe ich irgendwas gegessen oder getrunken, was nicht so besonders war. Das kann gut sein, ja. Ich muss mir jetzt ein paar Snacks reinhauen. Geht leider nicht anders. Es wird schon wieder dunkel. Ja, weil ich gerade auch sagen, es wird dunkel, ne? Dann speichere ich mal ganz schnell nochmal. Okay, Baum fällt. Ich weiß nicht, ich werde in deine Richtung hin. Ja, ja. Ich würde dich ja nicht erschlagen, Zick. Hallo? Hä? Darf ich den Baum gerade nicht hauen hier? Ausdauer weg? Nö, nö, nö. Keine Ahnung, was der hat. Ach, den kannst du nicht fällen, den einen Baum hier. Okay. Ah, hier geht's. Also, wenn wir hier eine fette, äh, was bauen wollen, äh, wird es dann nur ein bisschen knapp mit dem Holz, ne? Wieso? Müssen wir denn von unten oder so hin? Ja, ja. Ja, ja. Ja, gut. Oder wir, äh, lassen das von oben fällen und schmeißen wir dann hier runter. Das ist mir auch eine Möglichkeit, ja. Baum fällt. Ich weiß nicht, welche Richtung. Immer in die, du guckst. Aus. Äh, wir werden angegriffen. Äh, ich seh's gerade. Ich dachte, wo du warst es nicht. Ja, dachte ich auch erst. Nicht zu wenig. Kommt her, ihr Vögel. Ja, komm her. Nein. Meine Axt ist weg. Oh, ich werde angegriffen. Hast du ihn? Nee, der ist weggerannt. Äh, der ist, äh, am Baum, also hinterm Haus. Ja, kann er ja. Komm her. Komm mal her. Ich dachte nämlich, du warst es, weil, äh, irgendwie stand er genau vor dem Haus. So, der ist schon mal weg. Okay. So, wir müssten mal ein paar so eine Lichtdinger hier hinbauen. Ja. Also so. Den Gedanken hatte ich ehrlich gesagt, kurz bevor es dunkel geworden ist. Ja. Ja. Mhm. Weil sonst sehen wir hier nichts. Willst du aber Fleisch, wenn du Hunger hast? Ja, nicht so wirklich. Ich habe mir ein paar Snacks gerade eingepfiffen. Ich baue hier einen hin. Nicht, dass du genau den eben auch einbauen willst. Ist ja egal. Aber ich habe ja eh nichts zum Bauen. Oh. Also, mir fehlt zwei Steine, zwei. Bevor es hier weitergeht, mache ich erstmal wieder noch eine Axt fertig. Sicher ist sicher. Hier ist aber voll mit Steinen und so. Ja, ja. Wo bin ich denn? Ich laufe gerade falsch in eine Richtung. Eins ist schon fertig, ne? Ja. Äh, ein, äh, genau. Mach mal noch. So. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Licht hier. Oh, der sieht aber auch nicht mehr ganz gesund aus, ey. Ne, das stimmt. Sprat mir mein Bein. Ich hoffe, das ist noch in Ordnung, ey. Wenn ich jetzt noch Medikamente. Jaja, aber wir haben ja eigentlich die gerade erst gelegt, äh, zerlegt und... Wenn nicht, ich habe noch Hirschfleisch, ne? Oh, das müsstest du auch mal langsam braten, ne? Ja. Kann ich ja mit drauflegen. So. Na, das war nicht mehr ganz gesund, ne. Kann natürlich sein, dass jetzt generelles Kannibalen vielleicht nicht mehr so... Äh, gut ist, ne? Dass sie das so geändert haben. Ja, ja. So, wie brauchen wir denn jetzt hier noch? Ach, haben wir ja bald geschafft? Die Hälfte, glaube ich, haben wir schon, ne? Ja, so ungefähr, ja. Ich mach mal hier auch noch eins hin. So, zack. Das Rähfleisch war noch gut, wenn du noch ein Stück willst. Ne, ne, ich bin satt. Okay. Ich brauche hier nun auch gerade hier so ein schönes Feuerchen hin. Guti. Also, versuche es, weil ich habe leider wieder mal keine Materialien hier. Wie? Ja, 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 jetzt hier ist genug. Ah, hier sind genug Sticks. Richtig viele Sticks und Steine. So. So, dann haben wir hier in der Grau noch ein bisschen Licht. Ludi. Ja, 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 ich glaube, das ist eine gute Stelle, also den ersten Angriff haben wir auch gut überstanden hier. Wie gesagt, ich dachte erst, weil du warst... Ja, das habe ich auch erst gedacht. Ja. Ah, aus Dauer. Eine Bank bräuchten wir auf jeden Fall auch noch. Ja. Achtung, Baum kommt genau auf dich zu. Alter, da fliegen die Stämme aber wieder weit. Ja. Wie das immer dann qualmt und raucht hier. Ja, ne. Finde ich auch echt lustig. Ja, Hälfte haben wir schon. Auch ein Vögel ist da reingeflogen, ich wundere mich was brennt in da. Ach so, das kann natürlich ölig sein, dass das vorhin auch so war, wo ich mich so erschrocken habe. Ja. Ah, ich muss was trinken. Wir haben es bald geschafft, glaube ich, was? Na, Hälfte haben wir jetzt. Das ist das Stück, da kann ich mich wieder sehen. Muss was trinken. Ne, ne, mir geht das gut. Irgendwie mag er den Baum nicht. Ach so, da musst du weiter runter gucken. Da macht er das eigentlich. Weil ich der Mann bin, fälle ich jetzt erstmal hier die Bäume und du kannst von mir aus die bauen. Wir haben ja schon 44, 45. Aber jetzt müssen wir immer weiter laufen, oder? Ja, das meine ich ja. Und wenn wir die Woll und so bauen, dann... Na ja, macht er nix. Aber können wir nicht so eine Schubkarre oder so bauen, oder gibt es die nicht mehr? Doch, doch, können wir machen. Aber ich weiß nicht, ob die was zu bringen, ehrlich gesagt. Also jetzt noch nicht unbedingt. Noch können wir laufen. Oh, ich schlage gleich zwei Bäume auf einmal. Auch nicht schlecht. Jetzt schlage ich gar nix mehr. Hä? Soll ich den Baum hinter dir machen? Na, ich will nicht, dass er hier runterfliegt. Deswegen muss ich hier auf der Seite bleiben, leider. Jetzt. Oh, 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 oh. Nicht runterfliegen, bitte. Äh, ja. Na, leider falsch. Der hängt jetzt hier auf halb achter. Nein. Alles runtergefallen. Oh, die freuen sich da unten. Scheiße, ich seh das nicht. Bei mir fällt dann super, Vorsicht. Wo kommt ihr denn her? Ja. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch. 52 haben wir schon. Ja. Das Welt geschafft. Von den fünf, die ich gerade gefällt habe, konnte ich noch einen retten, jetzt. Toll, ey. Ah, super. Hat sich ja sehr gelohnt, ne? Ja, ja. Aber so haben wir auch gleich ein bisschen Freifläche hier geschaffen, ne? Ist auch gar nicht so schlecht. Baumfeld. Also, wie gesagt, wir bleiben sonst dann vom Baum nicht mehr. Ja. Ey, klau mal nicht hier meine Baumstelle. Ich hab einfach geklaut. Cool. Ist hier noch irgendwo ein Baum? Das gefällt mir schon ganz gut hier so. Mir auch. Na klar, wir müssen denn halt ein bisschen mehr laufen. Ja. C'est la vie. Du musst von, genau. Ey. Das ist mein Baum. Geh weg hier. Sind gleich zwei. Ja, ja. Na, dann nimm du mal. Ich trau mich nur halt nicht weiter hier hinten, weil... Hier sehe ich gar nichts mehr. Es sieht sehr interessant aus, wie ein Baum, äh, ein Mann, ein Baum hält. Oder er gleich versucht zwei. Ja, das Problem ist... Wie machst du das falsch? Wenn du gut gemacht hast, gibt's naja Regulaf. Cool. Wohin fällt ein Ohr genau auf mich rauf. Sorry. Das war Dank, ne? Jo. 64 haben wir. Ja, wenn ich den jetzt abhobe, dann ist nur das Problem, dass der... Wir sind ja angegriffen. Wo? Da. Ach. Komm mal her, hier. Ist nur ein... Keine Ahnung, wo die anderen sind. Wann da noch mehr? Ich denke mal, das ist... Also er wird nicht alleine da. Doch, der kommt manchmal alleine. Ach echt, ja? Ja, ja. Das ist der Speer oder so. Keine Ahnung. Na, ich passe mal ein bisschen auf, ja? Wo sind die ganzen Baumstimmen jetzt hin? Ja, hab ich schon zwei. Okay. Ah, toll. Das Schöne ist immer, wenn die Achse an ist, dass alles schön hell hier ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist mal wahr. Ich brauche mir denn jetzt noch 22, ne? Sehe ich richtig? Richtig. Ja, haben wir bald geschafft. Jo. Komm, ich mache mal noch ein Feuerchen hier hinten hin. Lass die Vögel immer so ins Feuer fliegen. Oh, es wird hell. Das ist sehr schön. Oh, perfekt. Oh, ja. So. Dann haben wir da hinten auch noch ein Feuer. Wir sind gleich fertig. Das ist sehr schön. Chucky? Ja, ich bin hier. Danke. Ja, du musst, wie gesagt, ab und zu, es liegt an TeamSpeak wahrscheinlich. Ja, Warmkeit. Ja, ich bin hier genau in der Klippe und Ferien. Na super, ich wäre fast hintergeflogen. Oh, wie schön dieser Ausblick, der da ist. Ach so. Ich muss was essen. Na ja, als nächstes geht langsam dem Ende entgegen bei mir. Ja. Jo, der fällt genau in die Richtung. In die richtige Richtung. Bei mir nicht. Wobei ich extra in die eine Ecke. Bei mir steht der eine wieder. Ja, bei mir. Ja, hier hinten auch. Wieder ein Ständer. Unglaublich. So, 16 brauchen wir noch. Jetzt keine 16. Ähm. Ja? Irgendwie. Könntest du mal vielleicht was auf den Grill legen? Hast du Hunger? Ah ja. Gleich, ja. Ich will nur schnell die Bäume hier machen. Ja, ja. Baum fällt. Baum fällt. Bitte nicht aufs Haus. Wir sind gleich fertig. Acht Stück noch. Na gut, dann koche ich für uns. Genau, genau. Wie ich, äh, ernährende Gulasch wollte ich nicht, äh, Re-Gulasch. Hm. Habe ich ja versprochen, dass ich das mache. Jo, bitte. Vier Stück noch. Ein Baum noch. Was nennen? Ah doch, jetzt kann man trinken da raus. Echt? Hast du Durst? Ne, ich habe jetzt keine Durst. Ich habe eine Sola gerade. Ich habe aber nichts genommen, weil ich habe auch keine Durst. Ist mir fertig? Ja, ich bin gleich bei dir. Ich mache nur... Liegen nicht, aber verbrennt es? Ne, glaube ich nicht. Okay. Also, irgendwann schon, ja, aber... Also, Baum brauchst du jetzt nicht mehr fällen. Okay. Das müssen jetzt alle gewesen sein. Jo. Du hast zwei, ich habe zwei. Perfekt. Wir sind fertig. Juhu, wir haben unsere Hütte, wir haben unsere Party-Villa. Geil. Na, Villa ist was anderes, aber... Schon okay. Hier sind ein paar... Äh... Zettungsartikel... War lecker, danke. Bitte. Hast gut gekocht. Ja, gewollt zu vielen Leid. Nein! Nein, ich trotte. Ich wollte das Licht wegmachen und er zündet es an. Na ja, dazu sage ich nichts. Ne, sag mal nichts. Aha. Ja, der Eingang ist auch okay da. Na, ist doch super. Ja, mich auch. Haben wir einmal... Ähm... Was denn? Achso. Ich kam nämlich gerade hier nicht rein. Ja, ich auch nicht. Du musst ihn ein Stück hoch schreien. Ja, ja. Haben wir einmal Blick auf die Felswand? Und auf... Oh, da müssen wir noch ein bisschen freiräumen. Damit wir einen schönen Ausblick haben. Gut, die... Kriegen wir hin. Hier, der Busch muss weg. Lass mal ein bisschen abheuzen hier. So. Na, wird auch nicht schön an der Blick. Ach, kriegen wir schon hin. Wenn nicht, bauen wir hier noch eine zweite Villa hin. Ja, rein theoretisch könnte man jetzt hier hinter gleich die nächste anschließen. Nur halt spiegelverkehrt, ne? Ja. So. So. Außerdem braucht Frau auch mal ein bisschen freie Raum hier, ja? Ja, du brauchst ein Schminkzimmer, ich weiß. Genau, das auch. Wobei, Schminkzimmer würde ich gar nicht mal haben wollen, ehrlich gesagt, ne? Ich würde lieber so einen Hobbyraum haben wollen. Ja. Auf einer Seite so mit meinen Cosplay-Sachen und andere Seite so Gaming. Also Computer, so, weißt du, und auf einer Seite so Cosplay. No. So einen Hobbyraum möchte ich. Also, Bau. Nee. Nein, aber ich würde erst sagen, dass wir dann eine Wall bauen. Und wir müssen mal dieses... Ah, Vogel. Vogel. Den ich gar nicht sehe. Was? Den habe ich echt nicht gesehen. Aber die Hand hast gesehen, dass die oben war, ne? Ja, die schon, ne? Ah, okay. Nee, aber denn brauchen wir dieses alte, wo man, ähm, das Fleisch uns so trocknen kann. Wie heißt denn das? Ja, das ist schnell gebaut. Ja, das meine ich, das brauchen wir und wir langsam eine Wall bauen, ne? Ein bisschen. Jo. Wenigstens, also hier an der Wand brauchen wir keine. Wo ist sie denn diese? Das war da, wo wir denken, wo sie hochkommen könnten. Jo. Wo ist denn das gewesen? Ach, da. Da ist er. Das ist ganz schnell gemacht. Sie ist sogar gleich fertig. Gut. Hast du noch Stickys? Ich weiß es nicht. Ich gucke gleich. Ich will noch schnell den Baum machen, dann mache ich es. Der Quartier in der Patti-Villa. Ding, ding, ding. Baum fällt. Ich weiß nicht, welche Richtung. Okay. Oh, fertig? Ja. Goil. Problem ist? Ja. Okay, Fleisch mehr. Ja. Ich habe keinen. Ah doch, ein Bein, aber der sieht nicht mehr gut aus. Na. Gut, ähm. Haben wir nicht irgendwelche hier gekilzt? Oder sind die alle schon weg? Ach hier. Also man muss sich genau da vorstellen, ne? Ich glaube ja. Ich weiß nicht genau. Ich habe das noch nie gemacht. Ah, hier zeigt er mir an. Okay, hat dran gemacht. Oh, da hinkt er. Gut, ähm. Alles andere Stück Fleisch muss ich nämlich wegschmeißen, weil das ist nicht mehr gut. Ist ja nicht schlimm. Wir kriegen bestimmt noch mehr. Hm, Käsefüße. Ne, wir müssen jetzt mal leider aufhören mit der Folge, weil ich muss bald arbeiten gehen. Ja. Ja. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, weil ich ja einen Glück Spätschicht habe. Ja. Ich habe auch Spätschicht, aber trotzdem muss ich leider gleich zur Arbeit. Davor arbeitest du ja auch länger, ne? Also später, sag ich mal so. Ich bin spät immer nach Hause, ja. Ja, ja. Gut. Verabschieden wir uns hier? Ja. Mit der schönen Villa, ne? Ich komme mal rein, da. So. Hallo. Ja. Sehr schön. Okay. Und dann haben wir unser erstes kleines Häuschen gebaut, ne? Genau. War wieder eine... War wieder eine... Nein, das ist schon jetzt hier eine Villa. Naja, ja. Ja, passt. Ja, passt. Ja, das passt schon. Gut. Aber zwei Kopfkissen sind schon mal. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge, wa? Genau. Ich sag schon mal ciao. Tschüss. Tschüss.